Das war ja noch nicht alles. Damals bei dem Einbruchsdiebstahl hat der angebliche Einbrecher die Terrassentür von außen eingeschlagen und dann das Opfer mit einem Gartennormand erschlagen. Auf dem Gartennormand waren aber nur Fingerabdrücke von Herrn Lang. Und im Garten haben wir einen Fußabdruck von ihm gefunden. Herr Lang hatte dafür irgendeine fadenscheinige Erklärung, aber die habe ich ihm nicht abgenommen. So fadenscheinig kann die Erklärung nicht gewesen sein. Sonst hätte ja ein erfahrener Polizeibeärmter ihn ja auch festgenommen, sonst wäre er auch zur Anklage gekommen. Tja, das sollte man meinen, nicht wahr? Aber ich habe damals erfahren, dass Herr Lang und mein Chef von der Polizei im selben Jagdverein sind. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich habe auf den Deckel bekommen, als ich vorgeschlagen habe, intensiver gegen Herrn Lang zu ermitteln. Das wurde abgeblockt. Aber wenn die Ermittlungen nichts gebracht haben, dann hat es seinen Grund. Nämlich erstens wurde jemand gesehen, der da weggelaufen ist von den Nachbarn. Ja, also ein Tatverdächtiger. Und zweitens wurden Spuren von einer fremden Person gefunden. Nein, Herr Lang war das, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Er hatte auch ein Motiv für die Tat. Er hat von dem Tod des Opfers profitiert. 125.000 Mark hat er damals von der Lebensversicherung kassiert. Sehen Sie, die Frau war älter als er. Genau wie sein nächstes Opfer, Nicole Carver. Wie kommt es, dass Sie auch über das Verschwinden Nicole Carvers Bescheid wissen? Der Fall hat mich damals nicht mehr losgelassen. Ich bin nicht mehr bei der Polizei. Ich bin jetzt selbstständiger Privatdetektiv. Und immer, wenn ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich mich an die Fersen von Herrn Lang gehängt. Und da habe ich dann mitbekommen, dass vor sechs Jahren diese Frau verschwunden ist, Nicole Carver. Entschuldigung? Läuft das da drin immer noch? Das dauert ja ewig. Ja, ja. Ich muss weg. Aber wenn Sie mich fragen, der Typ war's. Der hat nicht nur seine zwei, seine Freundinnen auf dem Gewissen, sondern auch seine zwei weiteren. Wiedersehen. Jetzt muss ich Sie leider enttäuschen, denn Nicole Carver lebt. Und ich kann es auch beweisen, denn ich habe hier einen Printout, und das zeige ich Ihnen auch ganz gerne, das von einem Überwachungsvideo einer Bank gemacht wurde. Und das zeigt ganz deutlich, und ich zeige es Ihnen hier, die Nicole Carver, wie sie hier Geld abhebt. Und zwar nachdem sie angeblich verschwunden ist. Und sie hat sogar noch ganze viermal gemacht danach. Mal nebenbei angemerkt. Wollen Sie es auch sehen, Herr Staatsanleger? Ja, zeigen Sie es mir bitte. Vielleicht hören Sie es ordnungsgemäß in den Prozess ein, damit wir alle was davon haben. Herr Vorsitzender, bitte es in Augenschein zu nehmen. Und soweit ich gesehen habe, Herr Verteidiger, ist das irgendeine Frau. Das kann jeder hin zum Kunst gewesen sein. Ich bitte Sie, das ist Nicole Carver. Ich werde doch meine ehemalige Freundin erkennen. Also wie auch immer, das ist heute nicht Gegenstand der Hauptverhandlung. Heute geht es darum, wie Antonia Koch ums Leben gekommen ist. Den Akten entnehme ich, dass Sie damals mit ihr Kontakt aufgenommen haben. Sie haben sogar mit dir gesprochen. Wann und wieso? Ich habe immer mal wieder bei Herrn Lang vorbeigeschaut. Und dann habe ich dann auf einmal mitbekommen, dass er schon wieder eine ältere Dame zur Freundin hat. Und auch die hatte Geld. Da habe ich mir gesagt, du musst etwas tun, bevor schon wieder eine Frau verschwindet oder gar stirbt. Und da habe ich dann, um sie zu warnen, Frau Koch aufgesucht am 31. Mai vormittags. Das ist ja eine heikle Geschichte, oder? Wie hat sie denn darauf reagiert? Zuerst war sie ziemlich abweisend, das muss man sagen. So nach und nach ist sie ein bisschen aufgetaut. Ich habe ihr Fragen gestellt und bin mit ihr ins Gespräch gekommen. Von Nicole Carver hat sie überhaupt nichts gewusst. Und von Carola Wegmeyer? Das hat er ihr natürlich erzählt und hat sich groß als Opfer, als armes Opfer hochstilisiert. Ich habe sie dann gebeten, mal ein bisschen nachzudenken über ein paar Dinge. Die richtige Antwort habe ich gar nicht mit gerechnet. Und was heißt die Antwort? Das heißt, ihr habt mir Fragen gestellt. Ich habe mir Fragen gestellt. Und was waren das für Fragen? So Fragen wie Frau Koch, wer zahlt eigentlich, wenn Sie und Herr Lang etwas unternehmen? Oder verändert sich Herr Langs Laune vielleicht, wenn Sie mal verweigern, etwas zu zahlen? Und daraufhin ist sie mal nachdenklicher geworden. Nur nachdenklich geworden? Oder hat sie auch was geantwortet? Ja, zum Schluss hat sie gesagt, eigentlich hat sie nur zugehört, zum Schluss hat sie gesagt, dass Herr Lang sie unter Druck setzen würde, dass sie eine Lebensversicherung auf ihn abschließt. Das ist Quatsch, das ist falsch. Ich habe eine Lebensversicherung zu Ihren Gunsten abgeschlossen. Ich meine, wenn das kein Liebesbeweis ist. Das hat er doch nur gemacht, damit sie sich genötigt fühlt, dasselbe für ihn zu tun. Ja, mal eine ganz andere Frage an Sie. Mit der Polizei haben Sie ja in vielerlei Hinsicht eher schlechte Erfahrungen gemacht, oder? Wie meinen Sie das jetzt? Naja, schildern Sie doch mal bitte dem Gericht, warum Sie nicht mehr im Staatsdienst bei der Polizei sind. Ja, mein Gott, ich bin da nicht so klar gekommen. Das Beamten-Ding war nicht so das Richtige für mich. Ich sage Ihnen mal, wie ich das beschreiben würde. Ich würde es nämlich so beschreiben, dass eine Reihe von Fehleinschätzungen Ihnen zwei Disziplinarverfahren eingebracht haben. Und jetzt darf ich vielleicht eines davon aufgreifen und beschreiben. Sie sind in völliger Eigenregie und ohne mit Ihrem Dienstgruppenleiter Rücksprache zu halten, sind Sie zu einem unbescholtenen Familienvater nach Hause gegangen, haben ihn des sexuellen Missbrauchs seiner Kinder bezichtigt, haben ihn vor seinen Kindern gefesselt mit Handschellen und abgeführt. Keiner Ihrer Kollegen wusste etwas davon. Und im Nachhinein, ah, siehe da, stellt sich heraus, der Familienvater war völlig unschuldig. Ja, Mann, ich habe einen Fehler gemacht. Deswegen bin ich ja nicht weich in der Birne oder so. Ich weiß genau, dass er es ist. Ich will ihn ja nicht so unterstellen, aber Sie sollten, meine Güte, noch mal etwas vorsichtig sein mit Ihren weitreichenden Unterstellungen. Ach ja. Entschuldigen Sie bitte, mein Mandant ist ein unbescholtener Mann. Der hat sich noch nie was zu Schulden kommen lassen. Er hat sich sein ganzes Leben dahingehend verschrieben, dass er todkranke Patienten heilt. Was glauben Sie denn, was passiert, wenn er unschuldig im Gefängnis landet für mehrere Jahre? Er würde man nicht schlagen, richten das oder machen wir? Das könnte was, Herr Verteidiger, Ihr Mandant ist überhaupt nicht unschuldig. Ach so. Und Sie sollten vielleicht mal einen Gedanken verschwenden an die junge Frau Mareike Koch, die ihre Eltern verloren hat. Ihre Eltern verloren, dann bei ihrer Tante aufgewachsen ist. Und die kann es jetzt nicht mal mehr beerdigen, weil ihr Mandant alles, was zu abstreiten gibt, leugnet. Die ist doch unnötig genauso verdächtig. Vielleicht ist sie eine alleinerziehende Mutter und ist in einer finanziell ganz prekären Lage. Hat kein fälliges Geld, verstehen Sie mich? Haben Sie doch schon das Tatmögliche. Und ich weiß, wer einem leidtun sollte. Aber das ist sicherlich nicht Ihr Mandant. Was war da los, Herr Verteidiger? Herr Vorsitzender, da hat sich gerade eine Dame gemeldet. Und sie meint, sie möchte gerne eine Aussage machen hier zu diesem Fall. Das könnte interessant sein. Schauen Sie mal. Ach nee. Das ist ja interessant. Dann hören wir uns doch die Dame mal an. Oder hat noch jemand Fragen an Herrn Stocker? Ich habe keine Fragen. Herr Stocker, Sie bleiben unvereidigt. Nehmen Sie mal hinten Platz. Sie werden sich auch gleich wundern. Nicole Kaber, bitte. Was? Nicole, ich bin ja nur froh, dass es dir gut geht. Guten Tag. So viel dazu. Nehmen Sie mal bitte hier Platz. Danke. Sie sollen als Zeugin hier aussagen? Ja? Sie wissen, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen, wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Vorschlaglich 55, SDPO. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Natürlich. Wie ist denn Ihr Name? Nicole Kaber. Ihr Alter? 50. Sagen Sie mal bitte gerade mal Ihr Geburtsdatum. 19. Januar 1962. 62, Entschuldigung. Und Ihr Wohnort? Ich habe zur Zeit keinen Wohnort. Ich halte mich meistens in irgendwelchen Hotels im Ausland auf. Ihr Familienstand? Verwittwirt. Und vom Beruf? Ich habe keinen Beruf. Verwandt, verschwägert, verlobt mit dem Angeklagten? Vor sechs Jahren waren wir maliert, kurz bevor ich verschwunden bin. Und wo sind Sie damals hin? Ich bin durch die Welt gereist. Ich habe das Leben genossen und das habe ich Andi zu verdanken. Und wieso sind Sie dann heute jetzt hier erschienen? Was haben Sie denn zu sagen? Ich möchte diesen ganzen Unsinn klarstellen, dass Andi irgendwas mit meinem Verschwinden zu tun hat. Ich habe ja Postkarten geschrieben, aber dann habe ich halt in der Presse gelesen, dass ihm der Prozess gemacht wird. Und dann bin ich im Internet auf einen Artikel gestoßen, wo halt drin stand, die ganzen Vorwürfe, die halt eben gegen ihn vorliegen. Und das ist doch totaler Quatsch. Hier bin ich. Jetzt haben Sie gerade Postkarten erwähnt. Was waren auf denen drauf? Ja, Niagarafälle. Und die andere war halt aus Bulgarien. Die habe ich aus Sofia geschrieben. Die Postkarten hier? Ja, genau. Wie geht es eigentlich Ihrem Arm inzwischen? Ja, es schmerzt halt noch ein bisschen. Wann haben Sie noch mal geschrieben, dass der Arm Ihnen wehtut? Vor vier oder fünf Wochen. Sie hätten sich den Arm verstaucht, haben Sie damals geschrieben. Da hätte ich jetzt eigentlich schon gedacht, dass das inzwischen wieder verheilt wäre. Ja, so ganz schmerzhaft hier am Anfang ist es natürlich nicht mehr. Jetzt habe ich wirklich genug von diesem Schmierentheater. Ich habe absolut Zweifel daran, dass es sich bei dieser Zeugin überhaupt um Frau Nicole Kabe handelt. Herr Staatsmann, schauen Sie sich doch bitte mal dieses Foto an. Vielleicht darf ich Ihnen auch noch mal vorhalten. Bei diesem Foto handelt es sich doch genau um diese Zeugin. Also schauen Sie doch mal bitte her. Hier, ich halte sie sogar nebenhin. Also wenn das nicht ein und dieselbe Person ist, dann frage ich mich schon. Und außerdem hat mein Mandant Sie sogar identifiziert. Okay. Ja, das ist ja auch in seinem Interesse, dass er Sie identifiziert. Und außerdem, ja, dieser angeblich verstauchte Arm, ja. Dieser angeblich verstauchte Arm, der soll nur dazu dienen, diese etwas veränderte Schrift von Frau Kaber zu verschleiern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Arm, der nährt bei mir auch etwas Zweifel. Ich habe es jetzt mal die ganze Zeit beobachtet. Dieser Arm ist zwar eingebunden, aber Sie benutzen ihn ganz normal. Vor allem das Handgelenk, das täte ja weh, das bewegen Sie ganz normal. Und was mir außerdem noch aufgefallen ist, Ihr Ausweis, also Sie sehen ja fast jünger aus heute als auf dem Foto hier. Und das Foto, das muss ja mindestens zehn Jahre alt sein. Moment, da fällt mir überhaupt auf. Der Ausweis, der ist ja seit mehr als einem halben Jahr abgelaufen. Ja, Entschuldigung, aber ich habe vergessen, den verlängern zu lassen. Aber im Hotel habe ich meinen Reisepasten, der ist gültig, den kann ich ja gerade mal eben holen gehen. Nee, gut, da verzichten wir mal einen Moment auf. Vielleicht komme ich dann später noch darauf zurück. Kann ich vielleicht mal kurz zur Toilette gehen? Ich habe nämlich heute schon den ganzen Tag so Bauchkrämpfe. Muss es denn unbedingt jetzt direkt während Ihrer Zeugenaussage sein? Ja, bitte, mir geht es wirklich nicht gut. Ich mache auch wirklich ganz schnell. Gut, dann beeilen Sie sich, wir warten so lange. Okay. Also ich muss schon sagen, das ist doch ein Witz, oder? Da kommt irgendeine Person, die seit sechs Jahren verschwunden ist, setzt sich hierher, macht irgendeine Aussage. Wenn man ihr aus dem Zahn fühlt, dann verschwindet sie plötzlich. Halt, bleiben Sie mal stehen. Wo wollen Sie so schnell hin? Was ist denn jetzt mit dir, Nicole? Wieso will sie abkauen? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Kommen Sie gleich mal mit rein. Also, Herr Vorsitzender, so wie das aussah, wollte die Zeugenaussage eher flüchten als zur Toilette gehen. Damit habe ich allerdings gerechnet, als Sie so schnell nach draußen mussten. Genau damit habe ich gerechnet. So dumm sind wir ja nun wirklich auch nicht. Ich frage es jetzt nochmal. Wie lautet Ihr richtiger Name? Der steht doch auf dem Personalausweis. Nicole Karber. Wir haben genügend DNA-Material von Frau Karber. Und das können wir mit Ihrem vergleichen. Und dann wissen wir, dass Sie nicht Frau Karber sind. Wer sind Sie wirklich? Aha. Was ist das denn jetzt? Mein Name ist Stefanie Fuchs. Gut, das ist Ihr Name. Aber wer sind Sie? Wer sind Sie? Und was soll das Ganze hier? Kennen Sie den Angeklagten? Ja, Anja und ich sind seit sieben Jahren zusammen. Seit sieben Jahren. Wieso haben Sie sich verkleidet? Wieso haben Sie sich hier selber als Zeugin gemeldet? Vorgegeben, Nicole Karber zu sein? Ja, ich wollte ihm halt helfen. Er hat doch nichts gemacht. Und woher wollen Sie denn wissen, dass er nichts getan hat? Was hat er Ihnen denn erzählt? Woher haben Sie denn Nicole Karbers Ausweis? Ich will jetzt einfach gar nichts mehr sagen. Ich will aber schon noch was sagen. Sie haben doch vorhin gesagt, Sie waren sieben Jahre mit Herrn Lang zusammen. Sieben Jahre. In den sieben Jahren hatte Herr Lang zwei Verhältnisse zu älteren Damen, die alle verschwunden sind. Und da drängt sich bei mir die Frage auf, warum ist diese Beziehung zu Ihnen geheim gehalten worden? Sie waren mit ihm liiert. Er hat die Frauen ausgebeutet, nachdem er sich an sie rangemacht hat und dann getötet. Und jetzt frage ich Sie, haben Sie von dem Geld der Opfer auch profitiert? Und dann kommt ein abschließender Punkt. Der Angeklagte hatte Sie heute identifiziert als Frau Kaber. Wohlwissend, dass Sie die Frau Fuchs sind. Die Frage hätte ich aber gerne mal beantwortet. Ich habe schon bemerkt, dass Sie diese ganzen neuen Entwicklungen nicht wirklich kalt lassen. Nochmal Belehrung, Sie müssen Ihnen die Wahrheit sagen. Woran liegt denn das, bitte Frau Bauer, dass Sie das nicht kalt lässt? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich habe Ihnen vertraut. Sagen Sie doch endlich, was Sie mir gesagt haben an diesem schrecklichen Tag. Frau Bauer, das können wir später klären. Nein, nicht später. Ich möchte jetzt antworten, bitte. Frau Koch ist tot und ich habe ihm geholfen, die Leiche verschwinden zu lassen. Was haben Sie mit dem Tod von Antonia Koch zu tun? Freitag, der erste Juni war ein Freitag gewesen. Herr Lang hat Freitagnachmittag immer frei. Ich bleibe immer noch in der Praxis, um arbeiten und aufzuarbeiten. Da habe ich bemerkt, dass er sein Handy vergessen hat und habe gedacht, wenn ich nach Hause gehe, kann ich es ihm vorbeibringen. Als ich dort ankam, habe ich drei Schüsse gehört und habe wie wild an die Tür gepocht. Wenn er nicht sofort auf war, rufe ich die Polizei. Und dann macht er die Türe auf und wartet halt am Zittern. So habe ich ihn noch nie gesehen. Und was hat er Ihnen erzählt? Ich habe ihr gesagt, was tatsächlich passiert ist. Antonia ist komplett durchgedreht, vor lauter Eifersucht. Dann ist es mit der Waffe auf mich zugekommen. Ich wollte dich hier abnehmen und da hat es eine Rangelei gegeben und da hat sich einen Schuss gelöst. Gleich dreimal. Ist ja egal, was ich hier erzähle. Sie glauben mir ja sowieso nicht mehr. Ich sage besser gar nichts mehr. Hat er Ihnen das genauso erzählt damals? Ja, sowas. Wollen Sie mir auch erzählen, wie es weiterging? Wir haben Frau Koch in den Hartschalenkoffer gelegt und die Waffe hatte in eine Plastiktüte rein. Währenddessen habe ich den Teppich sauber gemacht und dann haben wir den Koffer in sein Auto getan und sind ins Kiefernwäldchen gefahren. Dort hat er den Koffer vergraben und die Waffe auch, aber an einem anderen Platz. Es tut mir alles so leid. Wissen Sie noch, wo genau die Stelle im Wald ist? Das werde ich im Leben nie vergessen. Werden Sie nicht vergessen? Das heißt, Sie wissen es noch? Ja. Gut. Ich habe sowieso die übrigen Zeugen Sachverständigen für morgen geladen. Bis dahin war das abklären. Sie fahren jetzt mit in den Wald und werden der Polizeidat die Stelle zeigen. Genau. Und wenn wir die Leiche haben, dann wird sich auch zeigen, ob diese Version des Angeklagten überhaupt stimmt. Ja? Dann werden wir feststellen, ob es sich bei der Rangelei gehandelt hat, weil sich Schüsse zufällig gelöst haben. Gut. Und Sie werden der Polizei auch die Stelle zeigen, wo die Waffe vergraben sein soll. Ja? Okay. Und Frau Fuchs, es bleibt mir nichts anderes übrig. Stellen Sie bitte auf. Ich erkläre hiermit die vorläufige Festnahme. Herr Seelow, können Sie mich unterstützen? Auch als Zeugin sind Sie nicht entlassen, genauso wie Sie, Frau Bauer, nicht als Zeugin entlassen sind. Also geht folgender Beschuss. Die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Die Hauptverhandlung gegen Andreas Lange wegen Mordes und wegen Raubes mit Todesfolge wird hiermit fortgesetzt. Vorab schon mal Folgendes. Ein Großteil der verschwundenen 75.000 Euro sind gefunden worden bei Frau Fuchs. Die ich übrigens heute kaum wiedererkenne. In Versammte keinerlei Ähnlichkeit mehr mit der Frau Kaber von gestern, die übrigens nach wie vor vermisst ist. Auch ihr Arm, hm? Ganz spontan verheilt. Ja, sowas. Frau Kochs Leiche dagegen ist mit Hilfe von Frau Bauers Angaben tatsächlich gefunden worden. Die Obduktion ist auch durchgeführt bereits. Todesursache war ganz offensichtlich multiples Organversagen durch zwei Schüsse in den Hinterkopf. Zwei dicht nebeneinander liegende Schüsse in den Hinterkopf. Die Projektile stammen laut ballistischem Gutachten ebenso wie das Projektil in der Wand. Aus der halbautomatischen Pistole des Kalibers 4,5 Millimeter, die man ebenfalls gefunden hat. Und an der Waffe, da befanden sich Alleinfingerabdrücke des Angeklagten Lang. Das, vor allem aber die Tatsache, dass der Frau anscheinend gezielt zweimal in den Hinterkopf geschossen wurde, lässt doch Ihre Version, dass das Ganze bei einer Rangelei aus Versehen passiert sei, weil sich Schüsse gelöst hätten, mehr als unwahrscheinlich erscheinen. Dieses dumme hysterische Weibschick, die ist einfach komplett durchgedreht. Hat mir vorgeworfen, dass ich alles nur wegen dem Geld gemacht hätte und dass ich deswegen die Reise abgesagt hätte. Meint sie, sie gibt das Geld ihrer Nichte und nicht mir. Hibt mir's unter die Nase? Ich soll mir's nochmal angucken, sie wird's wohl nie wiedersehen. Dann hab ich die Pistole aus dem Nachttisch geholt. Mein Gott, das ganze Geld wär mir durch die Lacken gegangen. Ich hab hier eine Menge Arbeit investiert. Glauben Sie, es hat mir Spaß gemacht? Und wieso ist der einen Schuss in der Wand gelandet? Naja, beim letzten Schuss ist mir die Pistole wohl abgerutscht. Aber Antonia war sowieso schon tot. Soviel zu Antonia Koch. Und was ist mit Nicole Kaber? Was ist aus der geworden? Finden Sie erstmal die Frau. Und dann sehen wir weiter. War Fuchs. Wussten Sie von all dem? Nun gut, keine weiteren Fragen an die Zeugen. Und dann bleibt sowohl die Frau Fuchs als auch die Frau Bauer unvereidigt. Angesichts der neuen Entwicklung denke ich, dass wir auf die Vernehmung der übrigen Zeugen, insbesondere auch auf die Aussagen der Sachverständigen hier, verzichten können, oder? Ja. Der Angeklagte ist bisher nicht vorbestraft. Keine Eintrag am Bundeszentralgister. Weitere Erklärungen? Keine. Damit schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatswald, bitte. Wo ist Schwurgericht, Herr Verteidiger? Der Angeklagte, Sie haben heute selbst einen schönen Satz gesagt, mir in die Hände gespielt. Ja, dann finden Sie die Dame doch. Dann reden wir weiter. Ich kann Ihnen sagen, nach meinem Antrag, den Sie gleich hören werden, werden wir viel Zeit haben, die Dame zu finden. Und wir werden sie finden, während Sie noch in Haft sitzen werden. Und dann gibt es noch einen Nachschlag und noch einen Nachschlag. Der Angeklagte hat sich auch in der Hauptverhandlung selbst überführt, indem er die Frau Fuchs hier antanzen lässt und uns weismachen möchte. Hier sei auf wunderbare Weise die Frau Kaber von einer Weltreise zurückgekehrt. Das ist eigentlich hier der Dolchstoß, den Sie sich selber gesetzt haben für Ihren Schuldspruch. Ich beantrage gegen den Angeklagten. Wegen Morde sind Tateinheit mit schwerem Raub und Todesfolge eine lebenslange Freiheitsstrafe, Haftverdauer anzuordnen, um die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Ja, Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, so glasklar wie Sie das sehen, sehe ich das nicht. Denn Sie sagen, Sie wollen hier einen Mord haben, aber begründen ihn nicht mal. Wo haben Sie denn ein Mordmerkmal? Also ich kann jetzt nur annehmen, dass Sie in erster Linie von Heimtücke ausgehen, aber das war ja nicht so. Denn das Opfer ist ja zu ihm nach Hause gekommen, um ihn zur Rede zu stellen. Die war doch überhaupt nicht arg und wehrlos und es kam dann zum Handgemenge, wie auch immer. Also dann fällt das schon mal weg und dann bleibt noch über die Habgier. Ja, es ging um 75.000 Euro, aber in dem Moment, wo die Schüsse fielen, ging es doch nicht mehr ums Geld, sondern um den Streit. Und deswegen haben wir keinen Mord, sondern allenfalls einen Totschlag. Und damit beantrage ich eben, keine lebenslange Freiheitsstrafe zu verhängen, sondern stelle das ins Ermessen des Gerichtes. Aber wie gesagt, keine lebenslange Freiheitsstrafe. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Lang, Sie haben die beiden Blätteriers jetzt gehört. Sie können sich selbst noch verteidigen. Sie haben das letzte Wort. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Sie haben selbst eingestanden, dass Sie Antonia Koch getötet haben. Nachdem Sie Ihre ursprüngliche Version, es hätten sich Schüsse bei einer Rangelei gelöst, nach der Obduktion nicht mehr aufrechterhalten ließ, haben Sie gesagt, was wirklich los war. Natürlich, Herr Verteidiger, keine Heimtücke. Aber es gibt ja noch andere Mordmerkmale. Er hat seine Fälle davon schwimmen sehen. Ihm war klar, letzte Chance an die 75.000 Euro zu kommen. Und er hatte ja, wie er so sarkastisch sagt, schon viel investiert in die Dame. Deshalb musste sie sterben. Und das ist die klassische Habgier. Mord aus Habgier, dafür gibt es nur eine lebenslange Freiheitsstrafe. Gegen das Urteil kann allerdings noch innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Ja, und da haben wir noch zwei Frauen. Nicole Kaber, nach wie vor vermisst. Carola Wegmeier, angeblich erschlagen von einem Einbrecher. Sie haben sehr siegesicher gewirkt, als Sie gesagt haben, findet die Nicole Kaber doch erst mal. Dann reden wir weiter. Wir werden weiter reden. Nachdem hier wird die Staatsanwaltschaft nämlich alle Energie darauf verwenden, auch diese beiden Fälle aufzuklären. Dass Sie zwar ins Visier der Ermittler geraten sind, man Ihnen bisher aber nichts nachweisen konnte, spricht dafür, dass Sie sehr clever vorgegangen sind. Dass Sie aber überhaupt ins Visier der Ermittler geraten sind, zeigt wiederum ganz klar, dass Ihre Zuversicht vielleicht etwas zu früh kam. Denn perfekte Verbrechen waren das allemal nicht. Mag sein, dass es perfekte Verbrechen gibt, aber erstens mal kann ein perfektes Verbrechen nur dann ein perfektes Verbrechen sein, wenn nur eine Person, nämlich der Täter, selbst davon weiß. Das ist hier schon mal nicht so. Und eigentlich ist ein perfektes Verbrechen auch nur dann perfekt, wenn überhaupt niemand auf die Idee kommt, dass ein Verbrechen vorliegen könnte. Es gibt eine wunderbare Definition von perfekten Verbrechen durch Alfred Hitchcock. Er sagt, natürlich hat es perfekte Verbrechen gegeben, denn sonst wüsste man ja von Ihnen. Für heute ist der Hauptverlangen geschlossen. Durch die umfassende Aussage von Stefanie Fuchs konnte dem Angeklagten auch der Raubmord an Carola Wegmeier nachgewiesen werden. Er wurde unter Einbeziehung des heutigen Urteils zu lebenslanger Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Nicole Kaber ist bis heute verschwunden. Stefanie Fuchs wurde wegen Beihilfe zum Mord und schwerem Raub mit Todesfolge in zwei Fällen, Computerbetrug und Missbrauch von Ausweispapieren zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Julia Bauer wurde wegen Versuch der Strafvereitelung und uneidlicher Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt.